Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, wie man zum Beispiel in Videokonferenzen oder Livestreams solche Bauchbinden oder andere Grafikelemente schnell und unkompliziert einblenden kann. Wie das konkret geht, welche Software wir dafür brauchen, zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heidemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Um unser Ziel zu erreichen, habe ich den Weg in drei Schritte aufgeteilt. Schritt 1, das ist die Erstellung der Bilddatei, der Bauchbinde. Schritt 2 ist die Verknüpfung dieser erstellten Bilddatei mit dem Webcam- oder Kamerasignal. Und Schritt 3 ist dann zu schauen, wie man dieses verknüpfte Signal dann als fertiges Webcam-Signal in einer Videokonferenz-Software nutzen kann. Fangen wir an mit der Bilddatei. Hier handelt es sich um eine ganz normale, transparente PNG-Datei. Idealerweise in der Auflösung 1920x1080 Pixel. Das ist die Full-HD-Auflösung, damit die Ebene auch bildschirmfüllend platziert werden kann. Und diese wird nachher einfach als eine Ebene über das Webcam-Signal drüber gestülpt. Deswegen ist die transparent, dass man die Akteure noch sieht und die Bildelemente stellen dann nachher die Bauchbinde dar. Das ist mit jedem Bildbearbeitungsprogramm möglich, aber es gibt auch kostenlose Online-Tools, mit denen das wirklich in Nullkommanichts erledigt ist. Ich nutze hier zum Beispiel mal sehr gerne Canva.com. Hier haben wir auch einen Account und eine Lizenz dafür. Aber auch in der kostenlosen Variante ist es möglich. Auf Design erstellen klicken. Die benutzerdefinierte Größe auswählend besagte 1920x1080 Pixel. Und schon ist die Vorlage mit weißem Hintergrund erstmal fertig. Wir haben jetzt hier zudem die Möglichkeit, verschiedene Elemente einfach als Vorlage auch zu wählen. Ich gebe jetzt mal in die Suchmaschine für die Bauchbinde einen Banner ein und ziehe mir jetzt einfach den Banner hier oben hier rein, den ich nutzen kann. Den kann ich farblich so weit auch anpassen. Das heißt, Hintergrundfarbe, Bildschirpfarbe, alles ändern. Kann natürlich auch Schrifteffekte mit hinzufügen. Reinplatzieren, reinziehen, so und fertig. Und wie gesagt, über die grafischen Geflogenheiten und Feinheiten muss man hier gar nicht diskutieren. Das ist jetzt erstmal nur so das Beispiel. Das ist natürlich auch sehr viel möglich, wenn man sich sehr viel mehr Zeit auch lässt. Jetzt geht es darum, diese Bilddatei zu exportieren. Wir klicken hierfür auf Download, müssen dann die transparente Hintergrundfunktion aktivieren, klicken auf Download und schon wird dann die fertige Bilddatei, eine transparente PNG-Datei mit der Bauchbinde heruntergeladen. Das war es im Prinzip schon mit Schritt 1. Die Bilddatei ist erstellt und sie liegt jetzt in unserem Download-Ordner. Und jetzt müssen wir in Schritt 2 eben diese Bilddatei mit dem Bild der Kamera oder mit einem Signal der Kamera verknüpfen. Und dies tun wir mit der Software OBS. OBS ist eine Open-Source-Software, also kostenlos, ist frei verwendbar. Ist eine Streaming-Software, kann aber für unsere Zwecke dafür auch sehr gut verwendet werden. Das heißt, hier oben sieht man erstmal, wo jetzt mein Bild ist. Das ist das Ausgangssignal. So erscheint nachher der Videoausgang in der Videokonferenz. Wir haben hier im linken Bereich verschiedene Szenen. Szenen, das sind Arrangements von Kameras, von Bauchbinden, von Texten, von Grafikelementen. Und auf Klick kann ich dann im Prinzip eine Szene aktivieren und die wird dann auch direkt übernommen. Wir müssen jetzt zwei Szenen aktivieren. Zum einen eine Szene mit dem Kamerasignal und zum anderen eine Szene mit dem Kamerasignal und der Bauchbinde. Um eine Szene zu erstellen, klicken wir hier links unten auf das Plus-Symbol. Sagen dann hier Kamera 1, neu zum Beispiel. Das wäre ja ganz frei in der Belegung. Und müssen jetzt dieser Szene die Webcam zuordnen. Das passiert unter Videoaufnahmegeräte. Wir können einen Namen vergeben und dann eben aus der Dropdown-Liste das entsprechende Gerät aussuchen mit einer voreingestellten Auflösung oder eben sagen höchste Auflösung. Dann sagen wir OK und dann ist im Prinzip schon mal der Grundstock für unsere erste Szene gelegt. Mein Hintergrundbild, diesmal hier mit Greenscreen und so weiter. Jetzt sehen Sie aber, dass hier gerade an den Rändern der Greenscreen noch kürzer ist als das Kamerabild. Jetzt kann ich natürlich mit der Kamera ranzoomen. Ich kann jetzt aber auch per Drag & Drop mit der Maustaste über diese roten Punkte an der Seite das Kamerabild doch ein bisschen ziehen und auch strecken und vergrößern, um eben genau diese Stellen auch zu kompensieren. Genau, so, das ist jetzt im Prinzip der erste Schritt. Und Sie sehen, wir haben jetzt einen Greenscreen hinten dran. Dieser Greenscreen, der kann einfach auch bleiben. Viele Videokonferenz-Tools haben die Möglichkeit, einen virtuellen Hintergrund einzuspielen mit einer Greenscreen-Funktion. Dann wird zum Beispiel bei Zoom dieser Hintergrund einfach ersetzt. Wir können aber auch bereits hier schon einen virtuellen Hintergrund einsetzen. Und dafür klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Kamera, die wir hier eingerichtet haben, suchen uns die Filter aus und klicken dann hier unten links auf das Plus und wählen den Filter Chroma Key. Das wird nochmal bestätigt und dann wird im Prinzip dieser Chroma Key Filter jetzt angewendet und alles Grüne wird jetzt ausgeblendet. Genau, derzeit, weil ich ja jetzt noch keinen anderen Hintergrund hier habe, ist jetzt erstmal alles schwarz. Ich kann das hier ganz hier nochmal ein bisschen besser anpassen, dass es auch schöner aussieht. Und kann jetzt auch nochmal eine weitere Bilddatei hochladen, um das schwarze auch nochmal mit einem Hintergrund zu ersetzen. Hierfür klicke ich dann unten auf das Plus, sage dann auf Bild. So, suche mir dann aus meiner Festplattenübersicht ein entsprechendes Hintergrundbild aus, was ich mir vorher vorbereitet oder auch heruntergeladen habe. Ich nehme jetzt mal das hier zum Beispiel, klicke auf OK und dann ist es eigentlich schon mit eingebaut. Jetzt sehen Sie, dass das Bild erstmal größer ist als die Fläche. Also, das sieht man hier an dieser Schattierung an der Seite. Das können wir jetzt manuell natürlich ranziehen. Wir können aber auch einfach auf das Bild draufklicken und dann unter Transformieren gehen und dann an Bildschirmgröße anpassen. Dann wird es automatisch angepasst. Und auf Wunsch können wir jetzt natürlich hier, weil das Bild ein bisschen kleiner ist als die Auflösung, über die roten Punkte noch ein bisschen ziehen, dass wir die schwarzen Ränder hier noch wegkriegen. So, und fertig ist unser Hintergrundbild. Jetzt ist es so, wir reden ja von unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, Dateien, die vor einer Datei sind, werden erstmal in der oberen Ebene angezeigt. Und hier ist jetzt der Hintergrund vor der Kameraebene. Was natürlich blöd ist, weil man dann die Kamera nicht sieht. Das heißt, wir markieren einfach hier den Hintergrund und ziehen den mit der gedrückt gehaltenen Maustaste runter hinter die Kamera, sodass die Kamera oben ist. Und jetzt haben wir hier schon unseren eigenen virtuellen Hintergrund erstellt in OBS. Das ist das erste Arrangement. Jetzt brauchen wir nämlich das zweite mit der Bauchbinde, um die hier doch mit einzufügen. Wir müssen das Ganze jetzt nicht doch mal neu machen, sondern wir klicken einfach auf das Bestehende mit der rechten Maustaste und sagen Duplizieren. Und dann wird einfach eine Kopie erstellt. Und ich ergänze jetzt hinten noch den Zusatz Bauchbinde und lade jetzt einfach auch über das Plus hier unten diese Datei, die wir jetzt eben gerade über Canva erstellt haben, lade ich jetzt hier mit hoch. Die ist in meinem Download-Ordner, Tobias PNG, genau, und Open. Und zack, ist die hier drin. So, das ist jetzt die Bauchbinde. Und wir wechseln jetzt im Prinzip zwischen diesen einzelnen Szenen, was zur Folge hat, dass es aussieht, als wird eine Bauchbinde eingeblendet und wieder ausgeblendet. Das ist jetzt Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei ist, wie kriegen wir jetzt dieses Arrangement als Webcam-Signal in Zoom oder Teams oder Webex oder in andere Programme? Dafür gibt es für OBS kostenlose Plugins für virtuelle Kameras. Das heißt, die Links, die schicke ich hier in die Videobeschreibung. Einfach herunterladen, installieren und dann wird ein Treiber für eine virtuelle Kamera installiert auf dem Computer. Und Sie bekommen dann hier oben in der Werkzeugleiste einen Button mit Start virtuelle Kamera. Und sobald Sie das gedrückt halten und dann eine Videokonferenz-Software eröffnen, ich habe jetzt hier mal Zoom, was wir mal öffnen, ich blende mich hier mal kurz aus, trete ich nicht dabei, kann man nämlich unter den Videoeinstellungen zum Beispiel OBS, virtuelle Kamera einfach auswählen und dann wird in Zoom genau das übertragen, was ich jetzt hier gerade in der OBS-Software mache, mit Bauchbinden und so weiter. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit Grafikelementen. Ich kann auch komplette kleine Videosequenzen einbauen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufzulockern. Sie sehen also, die Möglichkeiten, die sind enorm. Und ich muss sagen, OBS, das ist zwar ein Open-Source-Tool, das ist kostenlos, aber es kann auch ganz schön, ja, es kann leicht überfordern, weil es gibt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Meine Empfehlung, einfach mal alles so lassen, wie es ist und ausprobieren. Und dann auf YouTube gibt es zahlreiche sehr gute deutschsprachige Tutorials dazu. Ich werde auch einige hier auch nochmal verlinken. Und dann gilt es einfach auszuprobieren und zu testen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Testen. Alles Gute, bis bald und tschüss.